Hallo meine lieben Freunde der analogen Unterhaltung. Was soll ich euch sagen, was soll ich euch sagen, der tägliche Wahnsinn. Er nimmt kein Ende, bei mir zumindest aktuell. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wenigstens ist es hier wirklich schönes Wetter, wie ihr sehen könnt. Schnee, Sonne, kein Schneechaos. Das zumindest nicht, wie es vielleicht bei euch im Eigenteil gerade der Fall ist, sondern hier ist alles schön ruhig. Ja, dafür brennt woanders die Hütte. Nein, es ist eigentlich alles nicht ganz so schlimm, wie es sich immer auf den ersten Blick anhört. Aber doch, ja, meine Ware. Ich warte immer noch auf meine Ware, die ich bestellt habe, zusammen mit euch. Vor, ja, zehn Tagen jetzt habe ich ja bei Asmodee große Bestellungen gemacht. Für morgen, 19.1. Pop-Up-Opening hier in Falkensee, Hansastraße 60, ab 14 Uhr mit Challengers-Turnier. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Ja, aber bislang noch kein Spur von meiner Asmodee-Ware. Jetzt, ja, habe ich aber immer noch Hoffnung, dass es vielleicht noch klappt. Und die Sache ist natürlich auch so, wahrscheinlich war ich auch ein bisschen optimistisch. Zehn Tage. Und ich will jetzt auch nicht auf Asmodee schimpfen, da meine Ansprechpartnerin total nett, total bemüht. Gab da ein bisschen Verwirrung. Ich habe halt auch was bestellt, was quasi nur teilweise waren lieferbar. Und es hat ein bisschen gedauert, bis sie mir die Tracking-Nummer irgendwie geben konnte und so. Und ja, wenn alles klappt, klappt es noch. Vielleicht noch in diesem Video müssen wir noch mal schauen. Aber es hat mich natürlich Nerven gekostet. Ich habe überlegt, habe ich dann nachher wirklich gar nichts da? Was mache ich dann? Sage ich das ab? Was sage ich dazu? Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ja, ich warte noch auf meine Ware. Und das Schlimme dabei ist auch noch, da muss ich jetzt auch ein bisschen schimpfen. Ein DPD ist halt auch so ein Verein. Ich habe ja auch mal damit verschickt und war es auch leid geprüft, dass es da oft Beschwerden gab von meinen Kunden. Die haben es halt auch mal knallhart gebracht, dass sie wirklich mein Asmodee-Paket, also ich habe ja schon mal bei Asmodee bestellt, haben sie wirklich einfach vor die Tür gestellt. Also vor mein Büro einfach die Kiste mit den neuen Spielen einfach draußen hingestellt. Okay, es hat nicht geregnet und so, aber ich bin ja nicht immer da. Ich bin noch nicht jeden Tag im Büro. Auch Alex ist nicht jeden Tag im Büro. Und wenn es jetzt richtig dumm gelaufen wäre, dann wäre es ja vielleicht zwei Tage gestanden, bis ein Glücklicher das einfach mitgenommen hätte. Ja, also von daher immer so eine Geschichte, ein bisschen leid geprüft. Und ich hoffe wirklich, dass das jetzt noch klappt. Jetzt fragt du dich ja, jetzt schimpfst du da drüber, bist selber gar nicht im Büro. Was ist, wenn die jetzt kommen? Ja, jetzt ist gerade Alex da, ganz glücklicherweise. Also ich habe ein bisschen Zeit hier für euch, ein kleines Video zu machen, weil das ist das Nächste, die Videos werden nicht fertig. Ja, irgendwie ist ein bisschen der Wurm drin am Anfang des Jahres jetzt. Ich war viel weg, war auch schön, ich war auch im Urlaub, war auch schön. Aber ja, dann kam irgendwie so Jahresabschluss, Berlin-Con, viele Sachen irgendwie, die so kinderkrank jetzt gerade schon wieder. Also ich weiß auch nicht, Leute, irgendwie ist gerade so ein bisschen der Wurm drin. Naja, und deswegen stoppt noch so die Videoproduktion ein bisschen. Ich versuche das jetzt so ein bisschen zu kompensieren, indem ich einfach so ein Video hier mache und ein bisschen darüber rede, dass es nicht klappt, wenn du Videos, ja, mit den eigentlichen Brettspiel-Videos. Aber ja, ich wollte nur sagen, es stoppt gerade so ein bisschen. Ich habe eigentlich viel vor. Kommt auch noch. Was ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben könnt zum Thema Videoproduktion. Ich will auf jeden Fall diesen Monat definitiv noch das erste Wunsch-Video-Voting machen. Endlich habe ich ja versprochen. Und ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, Vorschläge, was ich zur Wahl stellen soll. Was möchtet ihr gerne hier sehen auf dem Kanal? Also welches vielleicht besondere Spiel, besondere Sache, richtet sich natürlich an die Unterstützer, weil es ist so, Wunsch-Videos werden ja jetzt Bonus-Content. Aber ihr dürft sehr gerne Vorschläge machen, natürlich vor allem, wenn ihr Unterstützer seid. Stichwort Unterstützer, das richtet sich jetzt aber wirklich an alle. Wir haben noch Restplätze für unser wirklich cooles Selbstversorger, unsere coole Selbstversorger-Spiele-Woche Ende Februar. 27. Februar, Dienstag bis 3.3. Sonntag. So zwischen Hamburg und Berlin gelegen an der Elbe. Hochwasser ist auch vorbei, hat das Haus noch nicht weggeschwemmt, soweit ich weiß. Wirklich sehr, sehr schöne Location. Sind wir zum ersten Mal dort, aber das ist jetzt schon das dritte Selbstversorger-Woche, die ich mache für meine Unterstützer. Und weil eben jetzt noch Restplätze bzw. Restzimmer übrig sind, könnte wirklich jeder, der Bock hat und noch kurzfristig mitkommen will, klar muss ich irgendwie Urlaub freischaufeln, ist mir auch bewusst, aber es lohnt sich wirklich, der könnte sich das überlegen. Und wer da Bock hat, schreibt mich an über mein Kontaktformular. Und da es eben jetzt sozusagen Restplätze sind, ist es im Prinzip auch wirklich für die Community offen. Wäre schade, wenn die Zimmer leer bleiben würden. Und das Ganze läuft halt so ab, es sind drei Zimmer, davon ist ein Einzelzimmer. Und zwei Zimmer, da sind, glaube ich, drei oder vier Einzelbetten drin. Und man kann auch zu mehreren kommen und man zahlt nur den Zimmerpreis. Das heißt also, wenn ihr zu zweit kommt, ist es nur noch halb so teuer. Und auch sowieso der Übernachtungspreis bei dieser Selbstversorger-Woche wirklich günstig. Also einen günstigen und wirklich sehr, sehr coolen Kurz-Brettspiel-Urlaub könnt ihr da noch erleben, daran teilhaben. Tolle Community, wir machen wirklich, glaube ich, coole Sachen. Definitiv auch Blonde Clock Tower und diesen ganzen Kram. Ich will definitiv mal wieder ein paar große Brecher spielen, sowas wie Twilight und solche Sachen. Hat man endlich dann Zeit dazu bei so einer ganzen Woche. Und natürlich auch viele, viele andere Neuheiten. Ja, viele kennen sich natürlich da schon, aber sind immer offen für neue Leute. Und deswegen, ja, würde mich freuen, wenn wir da vielleicht noch zwei, drei Leute diese Gelegenheit wahrnehmen würden. Also meldet euch einfach und dann kriegen wir das schon hin. Ja, jetzt spazier ich mal langsam ein bisschen zurück. Mal gucken, ob, ja, immer mal ist ganz gut, mal rauskommen, ein bisschen den Kopf frei pusten. Und dann schauen wir mal, ob eventuell vielleicht das Asmodee-Paket schon da ist. Mal schauen. Ganz ehrlich, ich habe gerade jetzt das Gefühl gehabt, das war DPD. Ich habe rote Jacken an. Die fahren in die falsche Richtung oder sie kommen gerade von mir. Mal gucken, mal gucken, ob Asmodee da ist und dann packen wir es gemeinsam aus. Und dann wird es noch was mit dem Opening morgen. Und das wäre doch mal eine gute, gute Nachricht. Das wäre jetzt wirklich ein firmreifes Finish, wenn das DPD gewesen wäre. Und das schauen wir doch gleich. Oh, 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 ich sehe was. Ich sehe was. Ich sehe was. Das sieht doch nach DPD und Asmodee aus. Ei, 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 sehr schön. Das werden wir gleich mal auspacken. Aber zuvor habe ich noch was anderes für euch, weil man muss natürlich bei dieser ganzen Jammerei auch immer bedenken. Es gibt doch auch Lichtblicke. Und einen Lichtblick, den habe ich mir hier nämlich noch extra hingelegt für euch, wollte ich nämlich noch kurz zeigen, ist der hier. Imperium Horizons. Ja, wurde mir zugeschickt. Osprey Games. Hier, ja, von Nigel Bucklet. Ja, aber Tutschi kennt man natürlich. Das neue Imperium. Und Imperium kennt ihr hoffentlich, ne? Imperium Classic, Imperium Legends. Dieser wirklich sehr thematische, aber auch ein bisschen komplizierte und heftige Deckbilder. Und jetzt eben Horizons. Und wir können ja mal reingucken. Zunächst mal ein neues Schachtelformat. Muss ich aber sagen, finde ich richtig cool, weil das alte hatte das Riesenproblem, dass diese Karten ständig rausgefallen sind, weil man, na, jetzt hat man hier so einen schönen Plastik-Cover. Das ist richtig cool, weil dadurch, also außer man schüttelt es wirklich, gehen nicht immer die Karten komplett, diese Ordnung komplett flöten, was ja super nervig war bei den alten Imperium Classic und Legends Schachteln. Ansonsten ist es ein komplettes Standalone-Game und Erweiterung in einem. Was bedeutet das? Zunächst mal ist es so, das sind halt einfach richtig viele neue Zivilisationen. Also, ja, alle möglichen. Das zeige ich euch vielleicht noch ein bisschen im Detail. Außerdem gibt es Update-Karten. Das sind die hier. Die habe ich tatsächlich noch nicht reingemischt, hatte ich noch nicht die Zeit. Das sind einfach Karten, die könnt ihr in die alten Grundspiele reinmischen und die alten ersetzen. Das heißt, das ist ja, da wurde einfach gebalanced und ein bisschen verbessert und so weiter. Und ja, das ist halt ziemlich cool, weil ihr könnt halt eure alten Zivilisationen hier mit den neuen Commons-Karten. Es gibt eben ein komplett neues Deck hier von Regionen und Uncivilized und Civilized und so Tribut-Karten. Also, wer das Spiel kennt, weiß, es gibt eben, man hat eben seine Nationen-Karten und es gibt eben so einen allgemeinen Marktplatz quasi. Die sind hier komplett neu und man kann das einfach mischen. Man kann quasi alten Zivilisationen da mitspielen und umgekehrt. Das geht alles. Außerdem gibt es noch eine Erweiterung. Das ist das hier. Das ist die Trade-Root-Erweiterung. Das sind diese Karten hier. Das ist eine neue Farbe auch, könnt ihr hier oben sehen. Und hier auch so ein neues Symbol. Und das ist einfach ein Modul, also Erweiterung ist vielleicht das falsche Wort, das ist ein Modul, das ihr spielen könnt. Und was macht das Modul? Das sorgt dafür, dass ihr jetzt nicht mehr so aggressiv spielt. Weil wenn ihr mit diesem Modul spielt, dann sortiert ihr alle Karten aus, die eure Gegner bislang immer angegriffen haben. Das war oben so ein kleines Schwertsymbol. Da mussten die Gegner, was weiß ich, Länder ablegen oder Unruhe nehmen oder irgendwie sowas. Das gibt es dann in diesem Fall hier nicht, sondern es geht dann mehr so um Handelsgeschichten. Da spielt eine neue Ressource eine wichtige Rolle. Das sieht man hier. Ich weiß nicht, ob man es sehen. Genau, das sind diese Handelswaren. Und es gibt einen neuen Effekt, der heißt Profit. Und man sammelt quasi diese Handelswaren an. Und wenn man dann drei hat, dann kann man so einen Profit-Effekt zum Beispiel hier auslösen und dann einen krassen Effekt nutzen. Zum Beispiel hier Anycard suchen, Find, Anycard ist ein ziemlich starker Effekt in dem Spiel. Also wer sich immer ein bisschen geärgert hat oder das nicht so toll fand mit den Angriffskarten im Grundspiel, der kann hier sozusagen dann einfach ein bisschen friedlicher Handelssachen spielen. Es gibt auch bestimmte Nationen. Das muss ich mal kurz gucken, ob ich da einen finde. Hier die da zum Beispiel, die dann wirklich auch mit dem Modul nur funktionieren. Das kann man hier auch sehen mit diesem Symbol hier. Und auch hier, so die Wakadu, die sind so eine Nation, die so ganz krasse Goldminen hatten, aber sonst praktisch nichts zu essen. Das heißt, die müssen ihr Gold natürlich gegen andere Waren eintauschen. Da ist eine Handelsroute total wichtig. Und deshalb gibt es eben spezielle Nationen jetzt, die sozusagen nur mit den Handelsrouten auch funktionieren. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Und was gibt es noch? Ja, es gibt halt wirklich wieder, wie immer, sehr coole neue Zivilisationen. Zwei möchte ich euch vor allem mal zeigen. Jetzt mal gucken, ob ich die finde. Ja, genau. Drei eigentlich sind richtig, richtig cool. Genau, die da. Also richtig cool in dem Sinn, dass sie besonders sind und dass sie wirklich sehr interessant sind. Hier die Inuit, ja, also diese Eskimos sozusagen. Die sind deswegen so krass, weil normalerweise ist es ja bei Imperium so, dass wir als Barbaren starten irgendwann Imperium werden. Und bei den Inuit ist es so, dass es gibt nicht Barbaren und Inuit. Also es gibt Barbaren und das sind diese zwei Symbole hier. Barbaren-Symbol und Imperium-Symbol. Wenn du ein Barbaren bist, kannst du nur das spielen. Wenn du ein Imperium bist, kannst du nur das spielen. Und bei den Inuit ist es so, da wechselt in jeder Runde Sommer und Winter. Und im Winter sind wir sozusagen Barbaren. Da können wir nur diese Karten spielen. Und im Sommer können wir nur diese Karten spielen. Und das ist natürlich richtig krass. Das heißt also, ich muss mal gucken, wo die State-Karte ist. Glaube ich ganz hinten, genau hier. Das heißt, wir haben eben Sommerkarte. Und in der nächsten Runde, wenn wir eine Runde gemacht haben, einen Zug, dann drehen wir es um, ist wieder Winter und so weiter. Und das Krasse ist halt, im Winter haben wir auch weniger Handkarten. Können also weniger Sachen machen als im Sommer. Ja, also das ist schon echt ganz cool, finde ich. Also sehr thematisch auch wie immer. Cool gemacht. Was gibt es noch? Ja, hier, das wollte ich euch auch zeigen. Hier, die Marsianer können wir jetzt spielen. Das heißt, wir landen, das ist schon geil. Wir landen einfach und sind jetzt sozusagen auf der Erde gelandet. Und bei denen ist es so, das seht ihr hier, bei Setup kriegen die einfach 25 Siegpunkte. Ja, und das ist wirklich völlig verrückt. Gut, man muss aber gucken, wir müssen aufpassen, dass wir sozusagen nicht hier, dass sozusagen unsere Reaktor hier nicht in die Luft fliegt. Und was aber tatsächlich ganz grob gesagt die Hauptfrage ist, ob wir, wir starten schon als Imperium, ob wir Imperium bleiben wollen oder ob wir uns anpassen wollen und dann einfach zurückentwickeln zu so barbarischen Erdlingen, um es mal blöd zu sagen. Mal kurz gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. Ich glaube, das ist auch ganz hinten. Genau, wir sind quasi, am Anfang sind wir Aliens. Also wir starten als Imperium. Und wir können uns entscheiden, einfach uns, go native, zurückzuentwickeln zu einheimischen Erdlingen. Und dann können wir tatsächlich auch wieder diese Karten hier spielen, die wir am Anfang halt nicht spielen können. Und hier dann so Rituale der Erdlinge übernehmen und so. Oder einfach hier zum Alien-Overlord werden. Das ist schon echt ganz cool. Oder wir entscheiden uns halt doch lieber, bleiben lieber sozusagen die Aliens, die wir sind. Und genau. Machen lieber die Erdlinge hier ein bisschen klüger. Statt uns zurückzuentwickeln, machen wir lieber hier Share Our Secrets. Machen wir lieber die Erdlinge ein bisschen klüger. Also auch wirklich ein sehr, sehr witziges Konzept, muss ich sagen. Und das Letzte, das ist, finde ich, fast das Geilste, ist das hier. Kultisten. Ja, Cthulhu. Mein Lieblingsthema. Oder eins meiner Lieblingsthemen überhaupt. Bei Brettspielen. Und was passiert hier? Naja, wir sind eben Cthulhu-Kultisten und wollen selbstverständlich, dass die Welt untergeht, beziehungsweise das Portal öffnen. Und dann müssen wir halt anfangen, hier erstmal die Zeremonie zu researchen. Und dann können wir uns halt immer weiter vorbereiten. Dann gehen wir irgendwann über in Prepare the Ceremony. Dann gibt es Ceremony Gathering. Und das bedeutet, dass wir halt auch unsere State Card dann flippen. Und Ceremony of the Key. Also das heißt, wir gehen da immer weiter. Und haben dann noch mehrere, wir haben nicht nur Barbar und Imperium, sondern wir haben auch noch diese beiden Symbole, die dann ins Spiel kommen können, wenn wir sozusagen dem Untergang oder dem Öffnen des Portals näher kommen. Und das sieht man hier. Wir können dann sozusagen zum Corrupted State werden. Und irgendwann mal, zack, haben wir dann Cthulhu auch wirklich beschwört. Und dann kann es sein, dass wir sofort gewinnen, weil wir haben noch spezielle Anrest-Karten, die nennt sich Chaos. Die können wir den anderen Spielern vor allem unterjubeln. Und man sieht es hier, wenn wir es schaffen, dass der Collapse getriggert wird und dieser Stapel hier, der Chaos-Stapel leer ist, also dass das alles verteilt wurde, dann gewinnen wir automatisch. Das ist schon echt ziemlich geil, muss ich sagen. Also ja, das Spiel ist wirklich cool. Es ist nicht einfach. Also lasst euch nicht täuschen hier von diesen coolen thematischen Geschichten. Denn das Spiel selber ist abstrakt, ist auch verwaltungsintensiv, ist auch wirklich auch was für Solospieler, muss man ganz klar sagen, die sich da durchwollen. Es gibt einen coolen Bot, David Tutschi natürlich da auch der Experte. Und man kann wirklich auch quasi, der Bot arbeitet auch anders. Du hast für jeden Zivilisation auch einen entsprechenden Bot, sodass du gerade überlegen kannst, okay, du spielst jetzt Kultisten gegen Marzianer zum Beispiel oder sowas. Und das ist natürlich eine unendliche Möglichkeit. Und für Leute, die vielerlein spielen, die Hardcore-Deckbuilding mögen, strategische Deckbuilding und sich das Thema cool finden, muss ich sagen, immer noch ein tolles Ding. Mir persönlich muss ich auf der anderen Seite aber auch sagen, ist es ein Tick zu, wie soll ich sagen, zu hohe Hürde. Also vor allem, weil ich ja auch, ich spiele dann eben nicht so, ich spiele lieber mit anderen Leuten. Ich habe das Spiel schon echt oft erklärt. Und das ist schon anstrengend, das muss man ganz klar sagen. Und immer diese Erstpartien bei dem Spiel, ja, ihr wisst, was ich meine, ist eben so ein Thema. Also man ist dann entweder Experte oder Solospieler oder hat wirklich eine Gruppe, die da einsteigen. Und natürlich weiß ich auch nicht, wie es mit deutscher Version aussieht. Ich habe jetzt einfach das Englische auch behalten, also englisches Imperium, Klassik und Legends und jetzt halt auch Horizons. Weiß ich nicht, ob es auf Deutsch kommen wird. Das wird man sehen. So, und jetzt würde ich aber sagen, packen wir noch kurz aus, was Asmodee uns geschickt hat. Morgen kann es losgehen im Opening. Ich freue mich und hoffentlich sehen wir uns da. Ja, schaut es euch an. Es ist nicht schön. Ich habe es alles ausgepackt. Auspacken mit einer Hand hätte jetzt nicht so gut funktioniert. Ja, und guck mal, schöne Sachen habe ich bestellt. Und ihr wisst ja, ich habe diese neue Geschichte. Lieber eine große Auswahl davon, nicht so viele Exemplare, oder was heißt nicht so viele? Nicht so viele, gleich eins. Ja, ein Blood Rage, Familie Tales, ein Man at Work habe ich jetzt grad nicht frei. Ich habe auch mal zwei schöne Kinderspiele nochmal, ein bisschen Kids-Fabelwelten. Ein Rift Force, bin ich ja immer noch ein großer Fan für das. Blender, wirklich noch ein Evergreen. Das ist ja recht neu hier, fand ich aber wirklich gut von Paolo Mori für die große Gruppe. Ja, schönes Spiel. Ach, im Horror habe ich mich voll gewundert. Schon ewig her, dass ich das natürlich gesehen habe, hat eine neue Schachtel bekommen. Kartenspiel-LCG. Dachte ich mal, ein LCG sollte ich auch mal irgendwie hier haben, aus dem Prädikatsträger. Das gehört sich so. Und so clever, wisst ihr, Paleo. Ah, hier, Just One mit neuen Begriffen, werde ich nur als Bundle verkaufen. Habe ich halt auch nur einmal da. Alles nur einmal da, Patchwork. Und hier, guck mal, was ich da für ein Schüsseltier mitgekriegt habe. Hier, für Unlock Kids. Haben sie mir noch so Sachen geschickt. Ein Unlock. Ja gut, ob ich das aufgehängt kriege, muss ich mal schauen. Ganz witzig. Und hier so Aufsteller. Guckt euch das mal an. Das ist schick. Crazy Stuff. Was man so kriegt als Händler, ne? Ganz witzig. Mal schauen. Ein Asul. Und dann hier Challengers. Und guck hier, das ist auch ganz witzig. Sie haben mir noch solche Bonus-Dinger hier mitgegeben. Lucky Coins, Bonus Tokens. Ja, gibt es auf jeden Fall natürlich dann als Preis für das Turnier, was wir machen mit Challengers. Das ist jetzt die Neuware, die ihr natürlich kaufen könnt, wenn ihr das Spiel dann auch haben wollt. Wir spielen natürlich dann am Freitagmorgen mit meinen Exemplaren. Und wir machen es, wie gesagt, so. Also, wenn ihr kommt ab 14 Uhr, hinten erstmal Challenges, Turnier, also altes, erstes Grundspiel. Ihr könnt erstmal üben, gucken. Vielleicht, ich weiß immer nicht, wann, wie viele Leute kommen. Wir machen das ganz locker. Ihr übt erst mal. Und wenn dann acht Leute da sind oder auch nicht, dann fangen wir einfach an. Und wenn mehr als acht Leute kommen, dann würde ich hier unten auch noch die Tische aufbauen für Beach Cup parallel. Und dann gucken wir einfach, also, das machen wir dann so vor Ort. Und dann denke ich mir noch ein paar nette Preise aus. Ja, ich würde sagen, das war ein Happy End von diesem Video. Dann doch noch. Und ja, schaut euch wirklich mal Imperium Horizons an. Oder beziehungsweise, das richtet sich wirklich an die Leute, die Imperium kennen. Ihr wisst Bescheid. Marsianer gegen Kultisten. Ja, das werde ich als nächstes spielen auf jeden Fall. Solo. Und in dem Sinne, vielen Dank. Ich hoffe, es wird hier bei mir auch wieder ein bisschen ruhiger werden und ein bisschen besser. Wunschvideo. Und nicht vergessen, Wunschvideo-Vorschläge machen. Und mal gucken, ob ihr vielleicht mitfahren wollt auf unsere Spielewoche. In dem Sinn, vielen Dank fürs Zugucken. Und bis bald. Und bis bald. Und bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.